Hallo und willkommen! Können Sie live verfolgen auf dem Kanal SkySport Bundesliga 4HD das Spiel des 15. Spieltags der 2. Bundesliga. SPVGE, Gräuter Fürth, Hertha, BSC. Diesen Samstag, 7 Dezember 2024 um 13 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!